Ja, kannst du was wahrnehmen, wer du bist? Bist du ein Mensch? Was kannst du wahrnehmen? Also ich hatte jetzt einen See gesehen, also jedenfalls Wasser, jetzt eine große Wiese mit Steinen drauf, ich bin jetzt kein Stein, oder? Das kann sein. Guck einfach mal runter von dir, so von oben herab, ob du irgendwas wahrnehmen kannst. Steine. Das ist ein Stein? Ich weiß das nicht. Aber wenn du jetzt so runter guckst, okay. Okay. Ja. Steine geht auch, du kannst auch ein Stein sein, okay. Okay, na dann gucken wir mal weiter. Und wenn man dich rufen würde, hättest du einen Namen? Das ist ein Name. Kommt nicht? Hm. Wenn nichts kommt, kommt nichts. Ja, es kommt schon, aber ich denke, das habe ich mir, das bilde ich mir plötzlich. Du schnatterst einfach gerade wohl nicht überlegen, sondern alles, was kommt, ist richtig. Und nicht, das kann nicht sein und bla bla bla, du schnatterst einfach vorweg. Ich sag jetzt mal Annabelle. Hm, okay. Also bist du ja doch kein Stein. Hm? Okay. Guck mal an deine Füße runter. Wenn du Annabelle bist, hast du Füße und die will ich jetzt mal beschrieben haben von dir. Schuhe, Sandalen, Socken. Nee, barfuß. Barfuß, klassisch barfuß. Also ist es warm vom Wetter her oder hast du einfach keine Schuhe an? Die zwei Möglichkeiten gibt's. Warum hast du keine Schuhe an? Warum hast du keine Schuhe an, Annabelle? Das ist warm. Mhm. Und was machst du am See? Spielen. Okay. Spielst du alleine oder spielst du mit jemandem? Alleine. Mhm. Sind dort noch andere Kinder um dich rum? Denn du bist, ich glaub ein Kind, ne? Oder? Ja. Ja. So, was machst du denn für Spielerei draußen? Im Warm. Beobachte mal, was du machst. Machst du am Wasser. Mhm. Und dann? Gehe ich bisschen rein mit meinen Füßen. Mhm. Und dann? Gehe ich weiter rein. Und dann? Das wird schon kritisch, ne? Und dann? Und dann ertrink ich. Mhm. Gibt Wasser in meine Lunge. Ja. Jetzt spüre mal das Wasser in deiner Lunge. Wie immer mehr reinkommt. Die Lunge sich füllt. Und füllt. Und füllt. Und füllt. Und füllt. Okay. Okay. Wenn du das Gefühl hast, dass du ausgetreten bist aus deinem Körper und dass alles vorbei ist, dann gibst du mir bitte ein Zeichen. Mhm. Okay. Hast du eine andere Perspektive? Du darfst dich von dem Ort noch verabschieden. Mhm. Okay. Siehst du noch das Wasser? Ja, aber ich schwebe jetzt nach oben. Siehst du noch deinen Körper? Jetzt nicht mehr. Okay. Mhm. Okay. Jetzt ne Register. Aber du könntest schweizen jetzt am flawed. Es ist ein möglichst serio. Das ist mir pillarabel. Sevierbuch. Ich würde mich versch quintに drèierten daer Lunge, aber es ist eine höhereinheit. X2-LE 했어요. Of Schwinden reißt du in einer Karte. Vielen Dank.